Ein Hinweis vorweg, in diesem Video geht es um die Verbrechen der NS-Euthanasie, also den Mord an Menschen mit Behinderungen und Krankheiten durch die Nationalsozialisten. Die planmäßige Ermordung von Menschen mit Behinderungen und bestimmten Krankheiten setzte sich nach dem Abbruch der Gasmorde fort. Die Entscheidung für die Ermordung wurde nun nicht mehr allein zentral aus Berlin angeordnet, sondern war auf verschiedene Stellen und Orte verteilt. Die Träger der Anstalten führten somit die Euthanasie in ihren Häusern selbstständig fort. Diese Morde geschahen in zahlreichen psychiatrischen Einrichtungen im gesamten Deutschen Reich. So auch ab 1942 in Hadamar. Damit ist Hadamar die einzige von sechs Tötungsanstalten, in der sowohl die Aktion T4 als auch die sogenannte dezentrale Euthanasie stattfand. Während der Aktion T4 wurden dort im Jahr 1941 Menschen mit Behinderungen und bestimmten Krankheiten durch Gars ermordet. Nach dem Stopp der Aktion T4 geht die Ermordung der kranken oder behinderten Menschen ab August 1942, also ungefähr ein Jahr später, ungehindert weiter. Dabei nun gilt es folgende Fragen zu klären. Wie wurden diese Menschen ermordet? Und vor allem, wer hatte die Verantwortung für diese Morde? So starb zum Beispiel die junge Sowjetbürgerin Vera in Hadamar. Sie wurde vermutlich mit gerade einmal 17 Jahren als Zwangsarbeiterin ins Deutsche Reich verschleppt. Vera war ein junges Mädchen, das plötzlich Mutterseelen allein in einem fremden Land war und vermutlich kein Deutsch sprach. Sie wurde im Februar 1944 zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus in Fulda aufgenommen, dann in die Landesheilanstalt Marburg gebracht und nach wenigen Monaten in die Landesheilanstalt Hadamar verlegt. Dort starb Vera bereits fünf Tage später, angeblich infolge einer Herzschwäche. Tatsächlich aber wurde sie mit gerade einmal 18 Jahren in Hadamar ermordet. Es steht für die Unmenschlichkeit der Nazi-Diktatur, dass in ihrer Krankenakte kaum etwas Persönliches über sie selbst steht. Zu lesen ist zum Beispiel hier ein Zitat, Vera war ein junges Mädchen, das sich in einem fremden Land wohl sehr verlassen und alleine fühlte. So wurde sie krank. In Hadamar befindet sich in ihrer Krankenakte folgende Notiz vom 19. Juni 1944, die wohl an das Arbeitsamt in Fulda ging. Die geisteskranke Russin Vera ist heute in der Anstalt verstorben. Die junge Vera wurde in Gefangenschaft zu einer unglücklichen und möglicherweise auch depressiven Frau, aus der die Nazis die geisteskranke Russin machten. Sie ermordeten Vera, weil ein einzelnes Menschenleben, egal ob jung oder alt, in dieser Diktatur gar nichts zählte. Kommen wir zurück zur dezentralen Euthanasie. Im Frühsommer 1942 wird die Tötungsanlage in Hadamar vertragsgemäß zurückgebaut. In der Gaskammer soll alles vernichtet werden, was auf die Morde hinweisen könnte. So wurde während der Morde mit Gas zum Beispiel das Fenster der Gaskammer zugemauert. Nun werden die Steine davor wieder entfernt, das Fenster ist sichtbar und lässt wieder Licht in den Raum. Der Schornstein für das Krematorium wird abgerissen und die beiden Verbrennungsöfen werden abgebaut. Ab August 1942 wird nach außen hin wieder ein Anstaltsbetrieb aufgenommen. Ungefähr 500 bis 600 Patientinnen und Patienten werden auf den Stationen untergebracht. Alles soll nach außen den Schein eines normalen Anstaltsalltags erwecken. Tatsächlich aber bleibt Hadamar eine Tötungsanstalt. Die Verantwortung für die Durchführung dieser neuen Morde liegt beim Personal vor Ort. Beim Verwaltungsleiter, beim leitenden Arzt und beim Pflegepersonal. Entweder lässt man die Menschen nun gezielt verhungern, man gibt ihnen also nichts mehr zu essen. Oder man vernachlässigt sie schlicht, indem man sich nicht mehr um sie kümmert. Oder man ermordet sie mit Medikamenten. Jeden Morgen treffen sich hierfür der leitende Arzt mit seinem Personal, einer Oberschwester und einem Oberpfleger. Und alle entscheiden dann gemeinsam, wer sterben soll. Die Namen der Menschen werden auf einen Zettel geschrieben. Dann erhalten sie am Abend Medikamente in einer tödlichen Überdosis. Meist werden die Tabletten in Wasser oder Speisen aufgelöst. Falls am nächsten Morgen noch jemand lebt, erhält er eine tödliche Spritze, die den Tod schnell herbeiführt. Nachdem die betroffenen Menschen einmal in der Tötungsanstalt Hadamar waren, waren ihre Überlebenschancen eigentlich gering. Nur in Ausnahmefällen überlebten sie länger als ein paar Wochen oder Monate. Allerdings kann man davon ausgehen, dass die noch vorhandene Arbeitsfähigkeit der Menschen für den Zeitpunkt der Ermordung entscheidend war. Das heißt, wer noch arbeiten konnte, musste arbeiten und wurde erst, wenn er nicht mehr arbeiten konnte, ermordet. Je länger der Krieg dauerte, desto radikaler führte dies zu einer Ausweitung der Opfergruppe während der dezentralen Euthanasie. Nun kamen zu den psychisch kranken und behinderten Menschen auch andere Gruppen hinzu. Es wurden Menschen ermordet, die man sowohl für die Weiterführung des Krieges als auch für die Nazi-Ideologie zunehmend als sogenannten Ballast gebrannt magt hat. Nun starben auf der Anstaltsstation in Hadamar zum Beispiel auch psychisch erkrankte Menschen, die durch den Bombenkrieg in Großstädten wie Frankfurt, Hamburg und Köln geschädigt wurden. Das waren Menschen, die unter Schockzuständen nach Bombenangriffen litten, die psychisch angeschlagen und häufig älter waren. Man verlegte sie in die Tötungsanstalt Hadamar, um sie schließlich dort zu ermorden. Zudem wurden Angehörige der Wehrmacht nach Hadamar verlegt. Otto ist dafür ein Beispiel. Er wurde 1906 in Meinheim geboren, war Fotograf von Beruf, war verheiratet und hatte fünf Kinder. Er wurde 1940 zur Wehrmacht eingezogen und war dort Berichterstatter und Fotograf. Otto wurde während seines Dienstes aufgrund eines Motorradunfalls in ein Kriegslazarett eingeliefert. Recht schnell wird er aus der Wehrmacht wieder entlassen und in eine Anstalt verlegt. Seine Frau Maria reichte sowohl gegen die Verlegung aus dem Kriegslazarett als auch gegen die Entlassung aus der Wehrmacht erfolglos Beschwerde ein. Sie schrieb unermüdlich Briefe und kämpfte für seine Gesundheit und sein Leben. Dennoch wurde Otto 1944 in die Tötungsanstalt Hadamar verlegt und starb dort ungefähr 14 Tage später, angeblich infolge eines Krampfanfalls. Auch er wurde wie viele andere im Alter von 38 Jahren in der Landesheilanstalt Hadamar ermordet. Es starben ab 1942 auch Kinder und Jugendliche in Hadamar. Es waren zum Beispiel Kinder wie die Geschwister Günther und Wolfgang. Sie hatten einen jüdischen Vater und eine nicht-jüdische Mutter. Daher galten sie nach NS-Rassegesetzen als sogenannte jüdische Mischlingskinder. Wolfgang wurde 1930 und Günther 1931 geboren. Beide Jungen befanden sich ab 1941 in Fürsorgeerziehung, da sie angeblich erziehungsunfähig und verwahrlost seien. Im Juni 1943 wurden sie in die Anstalt nach Hadamar verlegt. Bereits im Juli, also gerade einmal vier Wochen später, starb Günther angeblich infolge einer Darmkrippe. Sein Bruder Wolfgang erzählte seiner Mutter danach, dass Günther eigentlich gesund und nicht krank gewesen sei. Wolfgang bat seine Mama, ihn aus der Anstalt zu holen. Und sie schrieb auch einen Brief an die Anstalt und forderte die Entlassung ihres Sohnes. Daraufhin schrieb der verantwortliche Chefarzt ihr kurz zurück. Über die Entlassung ihres Sohnes Wolfgang kann von mir aus nicht entschieden werden. Da aus den Akten hervorgeht, dass Neigung zur Verwahrlosung besteht, werden ihre Bemühungen um Entlassung auch bei den oberen Behörden keinen Erfolg haben. Wolfgang muss weiterhin im Erziehungsheim bleiben. So starb auch Wolfgang wenige Wochen später angeblich infolge eines Darmkathars, also einer Darmentzündung. Wolfgang wurde wie sein Bruder und viele andere mit gerade einmal 13 Jahren in der Tötungsanstalt Hadamar ermordet. Zu den Opfern zählten außerdem auch psychisch erkrankte Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen, die insbesondere aus Polen und der Sowjetunion kamen. Darunter die bereits am Anfang erwähnte Vera. Unter den Zwangsarbeitenden gab es aber auch Menschen, die nicht aufgrund psychiatrischer Diagnosen ermordet wurden, sondern weil sie an Tuberkulose erkrankt waren. Ein Schicksal hierfür ist Grigori. Er wurde 1889 auf dem Gebiet der späteren Sowjetunion geboren. Während des Zweiten Weltkrieges verschleppte man ihn als Zwangsarbeiter nach Deutschland. Er musste bei einer Firma in Wiesbaden arbeiten. Im Januar 1945 diagnostizierte der Betriebsarzt bei Grigori eine offene Lungentuberkulose, also eine bakterielle Infektion der Lungen. Bereits Anfang März wurde er in die Landesheilanstalt Hadamar verlegt und wurde wahrscheinlich noch am Tag der Ankunft dort ermordet. Wie man an den Schicksalen dieser Menschen sehen kann, wurde der Willkür zum Morden Tür und Tor geöffnet. Das Personal in der Anstalt Hadamar entschied nun selbst über Leben und Tod und führte die Morde auch eigenhändig aus. In diesem nationalsozialistischen Terrorsystem gab es im Hinblick auf Menschlichkeit und Menschenrechte überhaupt keine staatliche oder politische Kontrolle. Auch die Angehörigen der Ermordeten wurden systematisch über das Schicksal ihrer Familienmitglieder belogen. Zum Beispiel in Bezug auf die letzte Ruhestätte. Da viele tägliche Bestattungen auf dem städtischen Friedhof Hadamar für Aufsehen gesorgt hätten, legte man zur Tarnung einen Anstaltsfriedhof mit vorgetäuschten Einzelgräbern an. Dieser Friedhof liegt oberhalb des Gebäudes auf einem Hügel. Die ermordeten Menschen wurden dort ab 1942 in Massengräbern ohne Sarg verkraben. Patienten, die unter der Leitung eines Mitarbeiters standen, mussten die Leichen nach der Ermordung auf diesen Friedhof der Anstalt bringen. Mit dem Einmarsch der US-Soldaten am 26. März 1945 wurden sowohl die Stadt Hadamar als auch die Tötungsanstalt befreit. Insgesamt wurden dort in der Zeit von 1942 bis 1945 ungefähr 4.500 Menschen ermordet. Und auch nach der Befreiung starben noch weitere Menschen, weil Arzt und Pflegepersonal sie nicht ausreichend ernährt hatten und sie generell in jeder Hinsicht vernachlässigten. Das grausame Morden war zwar nach dem Zweiten Weltkrieg vorbei, dennoch bleiben spannende Fragen offen. Wie ging es eigentlich mit den Tätern und Täterinnen, die dafür verantwortlich waren, weiter? Wurden sie eigentlich jemals juristisch zur Rechenschaft gezogen? Dazu aber gibt es ein weiteres Video aus unserer Reihe.